Sonntagmorgen in Manhattan, eingeschlagene Scheiben, verwüstete Geschäfte und ausgebrannte Polizeifahrzeuge. Diesmal ist es persönlich. Es reicht. Ich kann der Nächste sein oder mein Freund. Es geht um unser Leben. Keine Gerechtigkeit, kein Frieden steht auf vielen Plakaten. Am Samstagnachmittag ist die Stimmung in Manhattan angespannt. Die Wut richtet sich nach dem Tod von George Floyd auch in New York vor allem gegen die Polizei. Nach einem Gerangel mit einem Demonstranten schlagen die New Yorker Polizisten auf ihn ein. Unzählige Handykameras dokumentieren den Zwischenfall. Seitens der Polizei nimmt niemand Anstoß. Auch in Brooklyn verliert die Polizei offenbar die Nerven. Als Demonstranten versuchen, die Straße zu blockieren, fahren die Polizeifahrzeuge los. Wie durch ein Wunder gibt es keine Verletzten. Der Gouverneur sieht sich gezwungen zu reagieren. Wir haben viele verstörende Videos über die Proteste gesehen. Und ich habe die New Yorker Staatsanwältin gebeten, unsere Aktionen und Abläufe zu überprüfen. Die Wut hielt die ganze Nacht über an. Auf beiden Seiten. Wir stehlen von niemandem, wir verletzen niemanden. Aber wenn jemand mich anfasst, fasse ich ihn auch an. Ich schütze mich. In Downtown Manhattan kam es zu Plünderungen, wie New York sie so noch nicht gesehen hat. Viele versuchten aber auch, die Geschäfte zu schützen. Sie wollen Respekt und Sicherheit, nicht Gewalt und Ausschreitungen. Es sollte um den Mord durch die Polizei in Meniaplos gehen. Und dass es keine Gerechtigkeit und Fairness gibt. Nicht um die Zerstörungen. Die Scherben haben Symbolwert. Rassismus und Gewalt haben zu diesen Ausbrüchen geführt. Die Demonstranten wollen dagegen weiterkämpfen. Die Scherben sind in der Zwischenzeit und Bedingungen. Die Entscheidung zu überprüfen überprüfen. Die Scherben sind in der Zwischenzeit. Die Scherben sind in der Zwischenzeit. Die Scherben sind in der Zwischenzeit. Untertitelung des ZDF, 2020